Hey, hast du ne Kippe? Hab ich, wie die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich eins tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut, ich hole ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann man die Gründe gestanden. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid, ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge, wir schwimmen heim, wenn es sein muss. Condor One Ende. Gehen wir. Was? Was wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir hier wegkommen. Ich konnte übrigens nichts für den Loot, der liegen geblieben ist, weil die Sequenz hat halt angefangen. Was soll ich denn machen? Prinzessentochter, äh Prinzessentochter, aber Präsidententochter, verzieh dich. Wir müssen noch Loot einsammeln. Ich war etwas im Stress in der Berghütte. Weil ich zur Metakritik sage, die ist ja schon ein paar Tage alt und die ist, äh, denke ich mal, schon berechtigt. Aber ich denke, die wird auch ein bisschen aus der Nostalgie heraus gesehen. Was ja okay ist. Schon mal ein, von diesen hässlichen Typen gesehen, den Tentake aus dem Hals sprießen. Sie sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig, wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche, sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, warum sie sie am helligen Tag nicht ergesieße. Die Rezeptor haben wir schon gekauft dafür. Nee, nicht für sowas wie Schwarzpulver oder so. Die Schulterstütze für die Red 9. Ich kaufe fast alles. Ein hervorragender Deal. Riot Gun, eine halbautomatische Flinte. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuten. Was kriege ich denn für meine aktuelle? Besten Dank. Ja, ich vergröße auch meinen Koffer. Ganz cool. Guck mal, sogar Sonderangebot. Sonderangebot, nix wert. Das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Verarbeite deinen Gegner zu blutiger Grütze. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könntet langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Ein hervorragender Deal. Weiterhin viel Glück, Fremder. Ein paar Vorratskäufe. Gute Entscheidung. Komm jederzeit wieder. Das ist jetzt, weil mir der Wolf fehlt, ey. Wo auch immer der gewesen ist. Gescheitert, ja. Vielleicht hätte ich rausgehen müssen bei der Belagerung. An der Bergvilla. Ah ne, hier unten wär's gewesen. Willst du mich verarschen? Ich hab die Häuser vertauscht. Naja, ist jetzt einfach so. Das hat man ja vorhin, dass man morgens um sieben aufsteht. Hat aber auch keiner im Chat, äh, in irgendeiner Form mal reagiert. Vor allem jetzt zu sagen, er war kurz zu sehen, äh, bringt ja jetzt auch nicht viel. Wir haben Gesellschaft. Ich sei halt mal ein bisschen weniger verplant als ich. Vor allem, aber leise. Verstanden? Okay. Ich... Ich versuch's. Mehr! Wir haben wohl keine Wahl. So viel dazu. Einer hässlicher als der andere. Und dann hab ich genug. Und ich fand den Moment schön, als die Oma getroffen wurde von der Granate an der Stirn. Richtig schöner Moment. Ah, ich hätte auch... Ich hätte auch Minen benutzen können. Die sind eh alle nicht mehr zu retten. Also, der Plager ist ja nicht mehr rauszuholen aus deren Körpern. Nur wir haben eine Chance. Warum gibt's denn wieder Alarm? Ich bin fünf Meter gelaufen. Vor allem hab ich schon alles getötet vorher. Ich wollte nur nicht meinen, äh, meinen Bolzen verbrauchen. Indem ich die da oben abschieße, weil ich den da nie wieder bekomme. Wenn du von mir willst, komm runter. Alter, die hat sich selbst in Brand gesetzt. Verdammt! Verdammt! War ja klar. Das geht doch eigentlich mit drei Schüssen in den Kopf. Los geht's! Du 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 duu 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 duu. Die Nachbarn streiten sich wieder. Verdächtig ruhig hier. Mh. Och der ist hier über mir. Das kriegen wir so nicht auf. Ich weiß, dass ihr da seid. 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 Da liegt doch was. Wusste ich es doch. Auch wenn es MP Munition ist. Ist das Messer sehr nützlich, wenn es geupgradet ist. Naja, man kann damit halt parieren. Und man kann halt töten und man kann halt sich sichern. Aber wenn du halt gegriffen wirst und das Messer verwendest, kostet das überdurchschnittlich viel Haltbarkeit. Weil es sich halt in dem Moment halt rettet. Weil es sich halt in dem Moment halt rettet. Ja, ich kann hier in den Schrank stecken. Ich weiß aber nicht, ob das unsere Beziehung verbessert oder verschlechtert. Ich würde sagen eher verschlechtern. Die TMP kaufst du. Glaube ich jedenfalls. Namentwit. Oh mein Gott. Äh, Frauenquote. Gibt keine Hilfe mehr. Ja. Wegen Rückenschmerzen. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. einen weg scheiße nein ich idiot ja dann ist das so ist ja nur am stöhnen auf ein neues bescheid 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 leon nein ah Guck weg! Entfern dich! Okay. Die andere ist irgendwie angepisst. 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 Was? Pass auf! Einer hässlicher als der andere. Danke für die Kurve! So, ich nagel dich an die Wand! Du stehst in Flammen! Du kannst mir nicht sagen, dass du jetzt noch aufstehst! Ja. Alles okay. Wollt schon sagen, ey. Witzig, die Tür geht da noch auf. Die gerade noch verschlossen war. Man würde mich darüber vielleicht fliehen können, wenn die Kettensägen kommen. Dann muss die nicht töten. Na, vielleicht mal eine Benzinkaniste auch entzünden können hier. Nee, das brauche ich ja gerade gar nicht. Ja. 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 Moment. Nee, wir... Musst du durch das Loch hüpfen? Nee, wir können anscheinend jetzt durch die Tür. Ach ja, wegen der Kurbel. Kurbelkurbel. Oh. Gut geschlagen, der hat die ganze Zeit rumgeschrien. Richtig scheiß, wie sie sich aufgeregt hat. Wir haben sie ja wirklich gedacht. Wir machen sie ein bisschen erwachsener, dann wirkt es nicht mehr so kindlich, wenn sie rumschreit. Hm. Immer ein bisschen Munition. Hier im Moment habe ich was von mir verloren. Okay, komm. Okay. 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 Sehr funktional. Ich fasse es nicht, ey. Naja, passt. Irgendwie hänge ich ein bisschen fest. Beheilung! Ignorier sie einfach! Echt? Du musst doch nur mit mir mitlaufen! Hm. Alter! 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 Die wird einfach getroffen wieder. Von ihm oder von irgendwas anderem. Die soll doch bei mir bleiben. Die soll doch hinter mir laufen, damit die anderen ausweicht beim Angriff. Die soll nicht in deren Äxte reinlaufen. Ich werde ja alle 5 Meter Geblendgranate für die schmeißen. Ich habe keine Ahnung warum der Wagen jetzt explodiert ist, aber es ist so. Toi, sie läuft mit dem Kopf gegen Zombie. Oh, das war wirklich nur noch ein Meter. Kacke bist du useless ey. Hätte ich gewusst, dass das nur 10 Meter sind, hätte ich mehr geballert, um durchzukommen. Hör zu, er ist hinter dir hier. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf! Was ist mit dir? Ich mache meinen Job. No, pass'a! Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willkommen! Müsschen! Na dann, was kann ich für dich tun? Ich kaufe Pfanne! Danke! Lass uns reden, wenn du mehr anzubieten hast. Stimmt. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über's Tunen nachdenken. Warum probierst du nicht meine neue Waffe aus, Fremder? Könntet ihr das Leben retten? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wo kann ich sonst noch etwas für dich tun? Stirb mir da draußen nicht weg! Wo ist denn nochmal die, äh, wo ist die Schreibmaschine da? Nee, kann ich ansonsten nur wegschmeißen. Munition für andere Waffen. Aber ich die eh nicht benutze. Ich kaufe fast alles. Ja, mit der Schulterstütze mag ich mit der TMP richtig treffen. Deine Puppe! Mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Damit weist du sie in ihre Schranken. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Weiterhin viel Glück, Fremder. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Hier, wie du es haben wolltest. Wäre das dann alles? Angenehme Reise. Mein Gott, nimmt die Platz weg. Aber die Gewährmonie verkaufe ich, weil die nimmt mir halt auch Platz aus dem Inventargrad weg. Obbruch ein hervorragender Deal. Komm jederzeit wieder. Wobei eigentlich gehört die da oben hin. Neu-Bolzen. Neu-Bolzen brauche ich nicht. Neu-Bolzengefährte. Steinkt. Was ist denn los? Oh. Ich sag' mir so. Siehste du nötig? Was ist denn los? Deine Waffen hat nicht? Ich wäre leid. Er, der war ohne würde. Um die Welt. Wie ein Geräusch? Alles war der immer wieder. Ich bin in die Welt. Wie will ich nicht? Ich will die Augen. Und werde dich. Na super. Oh Allmächtiger, gib mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Der läuft doch jetzt einfach da durch, oder? Ich danke dir für deine Gabe. Du willst spielen? Dann spielen. Sieht nach nicht Spaß aus. Geilstes Ausweichen ever. Messer. Messer. Bist du meinetiges Fickser, als du aussiehst. Ganz normales Auge auf dem Rücken, wie jeder andere auch. Geilstes Ausweichen. Das war's wohl mit deiner Stepperns Karriere. Du willst mich doch verarschen. Entschuldigung. Ich bin... Dieses Spiel regt mich heute... Also das Spiel regt mich schon irgendwie ein bisschen auf. Dann schieß ich nicht auf der Warte, auf dass du wieder Fässer hochrebst. Gut, ob ich nicht verbrenne. Wo auch immer der die Fässer herbekommt, in diesem brennenden Haus. Was? Flinker Buster! Du bist dann! Du bist dann? Ja, ich bin... Du bist dann ja in der Hand. Oh, das ist ja drin. Oh! Oh, das ist ja drin. Gibt mir eure Kraft. Nichts mehr in der Hand. Was? Oh, das ist ja drin. Das ist ja drin. Zu einer Seite gibt es keine Vergeber. Jawohl. Oh, okay. Kann ich das Auge mitnehmen? Ja, ich kann das Auge mitnehmen. Schöne Grüße. Vereil dich! Gern geschehen. Danke. Der einzige nützliche Moment der Tochter, dass sie ein Fenster eingeschlagen hat, wo ich auch mit dem Kopf durchgekommen wäre. Ich habe eine Pistolenmunition übersehen auf der anderen Seite. Aber schönes Ding war nicht einfacher als den Fisch im Wasser. Hier, hier. Total geil übrigens irgendwie. Es wird gesagt, der Helikopter kann es nicht rausholen, weil Wetter zu schlecht ist. Jetzt regnet es irgendwie seit zwei Jahren schon nicht mehr. Gefühlt und jetzt ist der Helikopter, der hat schon Feierabend oder was, der Pilot? Der ist schon nach Hause gegangen. Was soll schon in diesem Wolfenstein-ähnlichen Schloss schief laufen? Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm.